Herzlich Willkommen im Café Calles im Herzen der Stadt Ravensburg. Unser kunterbunter Mix aus Restaurant, Café, Bar und Raucherlounge lässt keine Wünsche offen und lädt zum Verweilen ein. Genießen Sie unsere internationale Küche in entspannter Atmosphäre, bei schönem Wetter auch auf unserer Außenterrasse. Ob mit Freunden, zum romantischen Date oder mit Kollegen nach der Arbeit. Schauen Sie zu Happy Hour bei uns vorbei und probieren Sie unsere Cocktails. Untertitelung des ZDF für funk, 2017